hier der text auf deutsch das paralympics update vom 8 september in der welt des parasportlichen wettbewerbs ist der 8 september 2024 ein datum das im zeichen von beeindruckenden leistungen und inspirierenden geschichten steht die paralympischen spiele die in diesem jahr in paris stattfinden ziehen athletinnen und athleten aus der ganzen welt an die mit außergewöhnlichen talenten und unerschütterlichem willen antreten um sich gegen die besten ihrer disziplinen zu messen die eröffnungsfeier die vor wenigen tagen stattfand setzte den feierlichen rahmen für die spiele athletinnen und athleten aus 162 ländern marschierten stolz ins stadion wobei ihre flaggen im wind wehten die vorfreude war spürbar und viele teilnehmer äußerten sich zur bedeutung des ereignisses ein teilnehmer aus deutschland betonte dass die paralympics eine einzigartige plattform bieten um die menschlichen fähigkeiten und den kampfgeist in den vordergrund zu stellen er erklärte dass es nicht nur um das gewinnen von medaillen gehe sondern vielmehr um die inspiration und den austausch den die spiele ermöglichen am ersten wettkampftag sorgten zahlreiche disziplinen für packende momente der deutsche schwimmer der für seine beeindruckenden leistungen bekannt ist schaffte es die konkurrenz in seiner kategorie zu übertreffen und sich den ersten platz zu sichern sein trainer berichtete stolz dass das harte training der letzten monate sich endlich auszahle der schwimmer selbst äußerte die hoffnung dass seine leistungen jüngere athleten motivieren könnten ihre träume zu verwirklichen im bereich des rollstuhlbasketballs zogen die deutschen teams ebenfalls alle blicke auf sich die männliche mannschaft kam in ihrem ersten spiel gegen ein starkes us team an und zeigte eine strategisch starke leistung der kapitän der mannschaft erklärte dass der druck groß sei aber sie sich auf ihre stärken konzentrieren würden um das beste aus der situation herauszuholen die spiele versprachen spannende und unvorhersehbare wendungen was die zuschauer an den bildschirm und im stadion in ihren bann zog hier ist die übersetzung des textes ins deutsche darüber hinaus gab es bemerkenswerte fortschritte in gration der zuschauer mit behinderungen verschiedene veranstaltungen wurden so gestaltet dass menschen mit unterschiedlichen formen von behinderungen in die spiele einbezogen werden können vertreter des organisationskomitees wiesen darauf hin dass der zugang und die inklusion für alle zuschauer eine priorität darstelle diese maßnahmen wurden von den anwesenden sowohl vor ort als auch online positiv aufgenommen auch die sozialen medien sprühen nur so von begeisterung hashtags rund um die paralympics werden viral und athleten nutzen plattformen um ihre erlebnisse und alltäglichen herausforderungen zu teilen eine athletin aus großbritannien teilte auf ihrer plattform mit dass sie stolz darauf sei ihre reise zu dokumentieren und anderen mut zu machen die unterstützung der online community bietet den athleten eine wichtige rückversicherung und wertschätzt ihren unermüdlichen einsatz das engagement von unterstützern sponsoren und freiwilligen darf nicht unter den tisch fallen dank ihrer hilfe konnte das event in seiner vollen pracht durchgeführt werden und viele helfer zeigten sich begeistert von der dynamik und der positiven energie die die spiele versprühen ein freiwilliger helfer betonte dass die atmosphäre einfach überwältigend sei und dass es ihn motiviere in zukunft weiteres engagement zu zeigen zusammenfassend lässt sich sagen dass die paralympics nicht nur ein sportereignis sind sondern auch eine bedeutende plattform für inklusion und inspiration bieten alle beteiligten von athleten über trainer bis hin zu zuschauern und unterstützern spielen eine unverzichtbare rolle in diesem großen ereignis die spiele werden weiterhin spannende geschichten unvergessliche momente und inspirierende leistungen hervorbringen autor anita farke sonntag 8 september 2024